Micha, Sie hatten jetzt gerade eine OP und Sie haben das Happy-Match-System verwendet. Wie war das für Sie und was war das Gute für Sie? Für mich war das Gute, dass ich total abgelenkt war von der Operation, dass man eben die Geräusche von den Ärzten und von den Werkzeugen hört und dass man einfach etwas entspannter und ruhiger ist. Sie hatten noch etwas gesagt bezüglich Medikamente? Genau, das ist ein ganz großer Vorteil, dass ich jetzt mein Zustand sehr gut ist. Okay, keine Nebenwirkung von irgendwelchen Schlafmitteln oder so. Würden Sie es gerne wiederverwenden? Würde ich schon, ja. Super, danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017